Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil meiner Serie über die britischen leichten Panzer im Feiglandkrieg. In den Teilen 1 und 2 haben wir die Reise der britischen leichten Panzer zu den Feiglandinseln verfolgt und ihre Schritte von der Landung auf den Inseln bis zum Vorabend der Schlacht vor den Verteidigungslinien um die Hauptstadt Port Stanley nachgezeichnet. Ein Link zu diesen beiden Videos ist in der Beschreibung und in der Infobox enthalten, falls ihr diese noch nachschauen möchtet. Die 4 Scorpion, 4 Skimetars und 1 Bergepanzer Samson bildeten die, wenn auch leicht gepanzerte Komponente der Taskforce, die von Großbritannien aus zur Rückeroberung der Feiglandinseln entsandt wurde, nachdem diese am 2. April 1982 von Argentinien erobert worden waren. Um es nochmal kurz zusammenzufassen. Nachdem die Taskforce Anfang April 1982 zusammengestellt worden war, musste sie die rund 8.000 Meilen oder rund 12.000 Kilometer auf dem Seeweg zu den Feiglandinseln im Südatlantik zurücklegen. Dort angekommen landeten die britischen Landstreitkräfte am 21. Mai 1982 in der Bucht von San Carlos. Von dort aus mussten sie mehr als 70 Kilometer über unwegsames Gelände bis zur äußeren Verteidigungslinie um die Hauptstadt und einzige Stadt der Feiglandinseln, Port Stanley, zurücklegen. Genau an diesem Punkt in Zeit und Raum setzen wir unsere Geschichte gleich fort. Zur Illustration werde ich unter anderem von mir selbst erstellte Karten und Videos aus dem Spiel Arm the Salt 3 nutzen. Bitte beachtet, dass die Karten nur die ungefähren Positionen der einzelnen Einheiten darstellen und auch nur die wichtigsten Einheiten für die Geschichte angegeben sind. Der Einfachheit halber habe ich zum Beispiel Artillerie- und Flak-Einheiten weggelassen. In Arma 3 habe ich von zwei sehr guten Mods profitiert, die die Feiglandinseln und die Scorpions und Skimetars zu dem Spiel hinzugefügt haben. Und das sind die Mods MLV Projekto 1982 und CLV International. Den Link zu diesen beiden Mods und einer Auswahl meiner anderen Quellen findet ihr in der Videobeschreibung. Werfen wir einen Blick auf die Positionen der Briten und Argentinier vor dem Beginn des britischen Angriffs auf die argentinischen Verteidigungslinien. Die Briten waren mit der 3. Kommandobrigade aus dem Westen und der 5. Brigade aus dem Südwesten von ihrem Stützpunkt in San Carlos nach Port Stanley vorgerückt. Die Argentinier hatten ihre Kräfte in und um Port Stanley konzentriert. Ein Teil von ihnen hatten sie so positioniert, dass sie in der Lage waren, sich einer amphibischen Landung direkt in der Gegend von Port Stanley entgegenzustellen, da die argentinischen Befehlshaber dies noch immer für möglich hielten. Die Briten planten aber nichts dergleichen, sodass nur die argentinischen Streitkräfte an den westlichen Zugängen zu Port Stanley angegriffen werden würden. Diese Einheiten befanden sich auf zwei Hügelketten westlich von Port Stanley. Die erste Verteidigungslinie bestand von Norden nach Süden aus Mount Longdon, Two Sisters und Mount Harriet. Ungeachtet des Mount, also Berg in diesem Namen, handelte es sich in Wirklichkeit um Hügel mit einer Höhe von einigen hundert Metern. Nichtsdestotrotz waren diese Hügel aufgrund ihrer teilweise felsigen Beschaffenheit und des offenen Geländes um sie herum gut als Defensivstellungen geeignet. Die zweite Linie von Hügeln und argentinischen Verteidigungsstellungen bestand aus Wireless Ridge, Mount Tumbledown und Mount William. Den Argentiniern auf diesen Hügeln gegenüber befanden sich die Einheiten der dritten Kommandobrigade im Westen um Mount Kent und der fünften Brigade im Südwesten entlang der Straße zwischen Fitzroy und Port Stanley. Vor den ersten Gefechten befanden sich die beiden Troops der Blues und Royals mit der fünften Brigade im Raum Fitzroy Bluff Cove, um die Verteidigung gegen einen möglichen argentinischen Gegenangriff auf diesen Raum zu verstärken. Die erste argentinische Verteidigungslinie wurde in der Nacht vom 11. auf den 12. Juni 1982 von Bataillonen der dritten Kommandobrigade angegriffen. An diesen harten Gefechten waren die Blues und Royals jedoch nicht beteiligt. Daher werden diese Thema eines zukünftigen Videos sein müssen. Der erste Einsatz der beiden Troops der Blues und Royals in einem richtigen Gefecht musste auf die zweite große Kampfnacht und die Angriffe auf Wireless Ridge und Mount Tumbledown warten. In der Nacht vom 13. auf den 14. Juni 1982. Doch zunächst mussten sie von Fitzroy Bluff Cove aus an die neue Freundenlinie verlegt werden. Dafür musste der Dreitroupe, der zwei Paarer am nördlichen Ende der Linie unterstützen sollte, westlich der neu eroberten Hügellinie passieren, um die Startlinie von zwei Paarern nördlich von Wireless Ridge zu erreichen. Auf dem Weg dorthin musste der Fluss Murrell auf einer kleinen Brücke nördlich von Two Sisters überquert werden. Das lief für den Samson-Bergepanzer nicht so gut. Ich lasse Leutnant Innes Care das Ereignis beschreiben. Wir machten uns auf den Weg zu zwei Paarers Position und erreichten nach etwa vier Meilen die Murrell Bridge. Man hatte mich gewarnt, dass wir zu schwer für die Brücke sein könnten, also stieg ich aus und testete sie. Sie gefiel mir überhaupt nicht und ich wollte sie nicht überqueren. Aber Lance Corporal Mitchell versicherte mir, dass er es schaffen würde. Also fuhren wir los. Und bei Gott. Die Brücke bog sich alarmierend durch. Sie wurde bis an ihre Grenzen belastet und es war sehr unwahrscheinlich, dass 2-8, das Rufzeichen für den Samson, in der Lage sein würde, sie zu überqueren, da er im Vergleich zu uns ein Zusatzgewicht von etwa zwei Tonnen hatte. Dennoch versuchte es der Samson und brach dabei durch die Brücke. Das zusätzliche Gewicht des Samson kam übrigens daher, dass er bis an den Rand mit zusätzlicher Munition für die Scorpions und Skimmittas beladen war. Der Samson wurde später von dem einzigen britischen Chinook Hubschrauber auf den Falklandinseln geborgen und nach dem Ende der Feindseligkeiten nach Port Stanley geflogen. Die Angriffsziele der zweiten Nacht der britischen Bodenoffensive waren Wireless Ridge im Norden und Mount Tumbledown, Mount William im Süden. Mount Tumbledown und Wireless Ridge befanden sich in der zweiten argentinischen Verteidigungslinie und stellten die letzten verteidigungsfähigen geografischen Punkte zwischen den Briten und Port Stanley selbst dar. Die beiden Gefechte um sie fanden etwa zur gleichen Zeit statt. Der 3-Troupe sollte dabei zwei Paare bei ihrem Angriff auf Wireless Ridge unterstützen und 4-Troupe sollte das 2. Battalion Scotts Guards bei ihrem Angriff auf Mount Tumbledown unterstützen. Beide Troops waren bekanntlich mit je zwei Scorpion und zwei Skimmittas ausgerüstet. Die Angriffe begannen am Abend des 13. Juni 1982, einem Sonntag. Bitte beachtet, dass ich bei den Aufnahmen aus Arma 3 die Nachtsichtansicht benutze. Aber zumindest auf der britischen Seite Nachtsichtgeräte bei der Infanterie nur vereinzelt im Einsatz waren. Auf argentinischer Seite waren schon mehr Nachtsichtgeräte bei der Infanterie im Einsatz. Der Mangeln an Nachtsichtgeräten erklärt, warum manchmal Infanteristen in Arma 3 sehr nah an den Feind kommen, bevor sie diesen sehen und das Feuer eröffnen. Also wundert euch bitte nicht. Beginnen wir mit dem Angriff auf den Mount Tumbledown. Oder besser gesagt mit dem Ablenkungsmanöver, das ihm vorausging. Dem Angriff der Scotts Guards in der Nacht vom 13. auf den 14. Juni ging ein starker Ablenkungsangriff auf der Straße zwischen Bluff Cove, Fitzroy und Port Stanley südlich des Bataillonsziels, dem Mount Tumbledown, voraus. Dieses Ablenkungsmanöver begann etwa eine halbe Stunde vor dem Hauptangriff, der gegen 21 Uhr beginnen sollte. Der Ablenkungsangriff begann folglich gegen 20.30 Uhr. Für dieses Ablenkungsmanöver wurde 4 Troop mit 2 Scorpions und 2 Skimmetars eingesetzt, sowie eine starke Patrouille der Scotts Guards. Die Patrouille der Scotts Guards war etwa 30 Mann stark und bestand aus Mitgliedern des Aufklärungszuges, Fahrern, Schreibern und so weiter, sowie einigen Pionieren zum Minenräumen. Sie standen unter dem Kommando von Major Richard Bethel. Mit dieser Aktion sollte ein Großangriff auf der Straße nach Port Stanley simuliert werden, um die Aufmerksamkeit von dem Angriff der Scotts Guards auf Mount Tumbledown abzulenken, der lautlos direkt aus dem Westen und nicht aus dem Süden kommen würde, wie die Argentinier anscheinend erwartet hatten. Ein gemeinsamer Bericht von Corporal of Horse Paul Stratton und Trooper Pete Fugat über die Erfahrungen der Panzerbesatzung gibt uns einen Einblick in das, was folgte. Wir befanden uns hinter der Ablenkungsgruppe der Scotts Guards und waren bereit, ihnen Feuerunterstützung zu geben. Aber die Kommunikation mit ihnen brach ab, da ihre Funkgeräte zu schwach waren. Also beschloss Leutnant Chorus, weiter auf der Straße zu bleiben. Wir fuhren unter Artilleriebeschuss vor. Dann erreichte Leutnant Chorus im führenden Fahrzeug einen Krater in der Straße, den er für einen Krater hielt, der von einer verirrten Artilleriegranate verursacht worden war. Und er beschloss, nach links auszuweichen. Es gab einen großen Blitz und einen Wallop und sein Panzer wurde drei oder vier Fuß hochgehoben. Der Motor löste sich aus der Halterung und die rechte Kette wurde in zwei Teile gerissen. Wir glaubten, dass es sich um eine amerikanische 15 Pfund Panzerabwehrmine handelte und dass der Krater auf der Straße ein Ergebnis einer argentinischen Sprengung war mit einem Minenfeld links und rechts der Straße. Die Besatzung des angesprengten Scorpions sprang heraus und lief zum zweiten Panzer, der 20 Meter weiter hinten stand und kletterte an Bord. Die Minenexplosion führte zu schwerem Artilleriebeschuss und wir zogen uns taktisch zurück. Das heißt, wir fuhren so schnell wie möglich zurück auf der Straße. Die Kommunikation mit der Abdeckungsgruppe der Scots Guards konnte jetzt wieder hergestellt werden. Diese steckte nun in Schwierigkeiten. Wir konnten helfen, indem wir Mount William beschossen, wo sich die argentinischen Mörser-Stellungen befanden und mit Leuchtgranaten das Gefechtsfeld beleuchteten, damit die Scots Guards den Brick zurück zu uns finden konnten. Der Bericht macht klar, dass sich der Fear Troop zunächst auf der Straße Bluff Cove Stanley bewegte und offensichtlich nicht in direktem Funkkontakt mit der Patrouille der Scots Guards stand. Nach weiterem Vorrücken auf der Straße wurde der Kontakt durch den führenden Scorpion hergestellt, aber unglücklicherweise mit einer feindlichen Mine. Diese legte das Fahrzeug lahm und beschädigte es recht stark. Die Fahrerluke wurde weggesprengt und es fehlten einige Laufräder sowie das Triebrad. Leutnant Corroth beschrieb das Ereignis in typisch britischer oder Kavallerie-Manier. Es folgte eine unglaublich laute Explosion. Wir waren auf eine Mine gefahren. Der Wagen flog in die Luft und Lance Corporal Farmer bestand seine Flugprüfung nicht, da er eine Bruchlandung hinlegte. Glücklicherweise wurde die Besatzung zwar etwas durchgeschüttelt, aber nicht verletzt. Oder geschüttelt, aber nicht gerührt, wie Leutnant Mark Corroth es später ausdrückte. Leider bedeutete das Minenfeld, das 4-Troop nicht weiter vorrücken konnte, um den Ablehnungsangriff mit direktem Feuer zu unterstützen. In der Tat waren sie etwa 1000 Meter von der Position entfernt, die Leutnant Corroth in diesem Stadium des Gefechts einnehmen wollte. Der Kommandant und die Besatzung des angesprengten Scorpions zogen sich schnell zum zweiten Fahrzeug des Troop zurück und führten einen taktischen Rückzug durch, denn die Explosion der Mine hatte die Argentinier dazu veranlasst, die Umgebung mit ihrer Artillerie zu beschießen. Das Minenfeld links und rechts der Straße verhinderte ein weiteres Vorrücken des Troops und eine direkte Feuerunterstützung für die Ablehnungsgruppe, die allein weiter vorgerückt war und nun die argentinischen Stellungen an ihrer Front angriff. Sie waren in einen brutalen Nahkampf verwickelt, nachdem sie praktisch direkt in die erste Linie der argentinischen Bunker am Fuß des Mount William hineingestolpert waren, bis zum letzten Moment unbemerkt von deren Besatzung. Dort standen die Scots Guards im Gefecht mit der O-Kompanie des 5. Marine Infanteriebataillons der Argentinier. Um wenigstens etwas Feuerunterstützung geben zu können, mussten die verbliebenen Scorpions und Skimetars auf eine ungewöhnlich große Entfernung feuern, wie Leutnant Chorus später berichtete. Die anderen Fahrzeuge rückten vor und wir begannen, so gut es ging, auf die feindlichen Stellungen zu feuern. Dazu mussten wir neue Techniken erfinden, die uns in der Schießschule nicht beigebracht worden waren. Die Lance Corporals of Horse, Ward und Michael John, setzten die bis dahin unbekannte Technik des 30 mm Hochexplosivgeschosses auf 4000 Meter und der Corporal of Horse Stratton das 76 mm Indirektschießen bei Nacht ein. Ich korrigierte das Feuer von außerhalb der Fahrzeuge und vergab an alle die Note A. Der 4-Troop beschoss argentinische Stellungen auf und um Mount William. Die argentinischen Stellungen, die die Infanterie in Bedrängnis brachten, wurden nach etwa anderthalb Stunden eingenommen, auch weil sich die Argentinier zurückzogen. Danach gab der 4-Troop Deckungsfeuer für den Rückzug der Ableckungseinheit. Die Überlebenden dieses Trupps wurden schnell ausgeflogen, da die meisten von ihnen medizinisch versorgt werden mussten. Insgesamt hatte das Ableckungsmanöw wahrscheinlich sein Ziel erreicht, die Aufmerksamkeit der Verteidiger auf Mount Tumbledown und dem angrenzenden Mount William in der entscheidenden Phase der Annäherung der Hauptgruppe der Scots Guards am westlichen Ende von Mount Tumbledown auf den falschen Punkt zu lenken. Nachdem die Ableckungsgruppe abgezogen war, richteten sich die Blues und Royals für den Rest der Nacht ein. Am Morgen rückte ein Pionier vor und räumte 57 Panzerabwehrmienen in einem Radius von 25 Meter um den Krater in der Straße. Nachdem alles geräumt war, blieben zwei Fahrzeuge zurück, um den Scots Guards beim Einsammeln ihrer Toten zu helfen. Und Leutnant Corroth fuhr mit einem Fahrzeug vor, um die Straße nach Stanley für die vorrückenden Einheiten zu erkunden. Auf dem Sapper Hill, kurz vor Port Stanley angekommen, wurde klar, dass der Krieg vorbei war. Zum Missvergnügen der Besatzung durfte der 4-Troop jedoch nicht nach Port Stanley hineinfahren, sondern musste in das weniger komfortable Fitzroy zurückkehren. An dieser Stelle machen wir für dieses Mal einen Schnitt. Nachdem ich angefangen habe, den Text für dieses Video einzusprechen, ist mir klar geworden, dass es zu lang würde, wenn ich den Angriff auf Wireless Switch auch noch mit dran hänge. Deswegen kommt der in einem eigenen Video in der nächsten Woche. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schaut euch doch mal meine anderen Videos über Themen rund um den Panzer und Militärgeschichte an. Vielleicht ist was für euch dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, hilft mir ein Like oder Kommentar sehr und wärmt mir das Herz. Macht euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.